Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. So, wir haben ja gestern überlänge schon gehabt, es tut mir so leid. Ich hoffe ihr habt es ausgehalten. Aber, bedeutet ja, wir haben abgespeichert, ausgelockt und sind heute wieder eingeloggt. Bedeutet, wir haben Spaß mit Banditen. Teil 2 oder 3 oder so. So, dann gehen wir mal runter. So, und ich warte ja nur darauf, dass die wieder... Oh, ich höre dann. Also, ich höre, aber ich sehe nicht. Manchmal steht da einer. So. Haben wir den? Oh ja, der geht in den Weid. Es wird ein Weidbandit. Ich könnte das Ganze jetzt... Da geht auch noch einer. Also gut, 1, 2, 3... Die haben da was vor. 4? So, dann gehen 4 da in den Weid. 5. Geht der auch in den Weid? Nein, die kommen zurück. So, verdammt, die sind alle zurückgekommen, oder? Sind die alle zurück? Da ist er da. So, ja, natürlich, ich hätte jetzt ganz schnell zum Wagen, soweit ich mich erinnere. Wir haben den gestern noch fertig... Haben wir den fertig voll beladen? Den Wagen? Weil ich könnte runterlaufen, in den Wagen springen und davon fahren. Okay, das wird ein Waldbandit. Und da ist nur der eine da unten. Aber es waren zwei vorher auch noch. Einer mit Schrotflinte. Zwei mit rotem Häupt. Und weg ist er. Was sag ich dir? Der mit rotem Häuptchen. Verdammt! Ich wackele zu viel. Ich verziehe zu viel. Ah ja. Für Auftragskiller wäre es ein wenig zu wackelig. Wir stehen doch sicher da jetzt in dem Haustrennen. Oh mein Gott. Oh, wie schade. Sag mal, und jetzt kommt Nebel, oder? Ja. Banditen und Nebel. Besser geht es fast gar nicht. So, ich nehme mal das in die Hand. Was geschieht mit den Weidbanditen während des Nebels? Da, 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 da. Da, 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 da. So. Und jetzt? ich würde gerne auf dieses vordach über das städtchen im nebel war ich da eigentlich drin in dem haus schon oder da war ein revolver glaube ich ja okay es gibt mehrere baugleiche aber so der nebel ist da und die leiche liegt noch immer da es ist nebel und überall sind zombies wie schön die haben sich alle da in der hütte versteckt also hütte ist gut haus und nämlich gehört am dach offen ablaufen so da kommt ein zombie da 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 ich bin nervös ich bin der star so es wird auch zeit dass wir zurückfahren weil die muni wird langsam wenig gut bei der menge die ich danebenheit es ist total still ich okay so wir machen das das lockt wenigstens zombies an ach da unten ja aber die mit einem schuss die mit einem schuss wahnsinn ich würde so gern runter und jetzt looten da oben ist mein pfeil kriege ich den ja wahrscheinlich entweder bei mir den fuß oder darum steckt mein pfeil ich kann springen ich komme nicht hin ich komme nicht hin kann ich auf das ding drauf da falle ich runter ok so ich lege mich mal da oben weil das lockt sie wieder an oder der nebel vergeht beides wäre okay auch da ist ein pfeil ist das fies ist das fies und vor allem ach ja nein ich gehe da nicht hin den schlägt er da auf den banditen Also schlagen Zombies doch auf Banditen. Moment, da ist noch einer. Einfach umgefallen. Ich bin heute doch eher der Zombie-Killer und weniger der Banditen-Killer, glaube ich. So, kann ich jetzt noch eine Stunde schlafen, weil ich würde gerne looten und dann fahren wir nach Hause. Ja, schon langsam regeneriert sich die Gesundheit auch. Ach komm, ich hole mir noch was zum Essen. Wollte ich da nicht noch so ein Ding, so ein Kästchen herstellen? So, Essen, Essen, Essen. Das werde ich mal machen. Moment, Moment. Ja, Nebel vergeht eh gleich. So, Add Arrows. Die tauschen wir aus mit denen da. Oh, wir machen. So. So, und dann haben wir die hier und die hier und die lassen wir da. So. Lassen wir die Benelli da oder was weiß ich. Tür geht zu. Schön. So. 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 So, der hat nix. Da ist mein Pfeil. Oh, Salz. Drei Salz. Das ist schön. So. Haben die das nicht schon fallen gelassen? Oh, Leergut. Super. Und da müssten doch auch irgendwo Pfeile stecken, oder? Ja, gut. Aber er hat einen Schoko-Hegel. Loot. The Bandit Boy. The Bandit Boy. The Bandit. Bandit. Bandit Boy. So, das machen wir da wieder. Tür? 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 Ich krieg sie nicht da. So, besser ist das. Ah, der hat den Fuß ungesund verdreht. So, dann gehen wir da noch in die Mitte. Die haben wir alle gehabt. Pfeile haben wir alle verloren. Also alle aber. Ach, da oben steckt noch einer. Was ist noch dazu? Ein Hunting. So. Zuerst mal ihn. Oh ja. Gib mir Zucker. So. Hm, 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 hm. Oh, ein Pfeil. Oh, noch mehr Salz. Und ich dachte, da ging auch einer hin. Aber es war sowieso nur ein Basic Error. Also, pff. Mein Gott. So, dann würde ich sagen, wir haben in der Stadt alles erledigt. Vielleicht nochmal nach den Waldbanditen schauen. Es würde mich nämlich echt interessieren, leben die jetzt noch? So, das tue ich da rein. Sehe ich die von hier? Vom Auto habe ich es gesehen, glaube ich. Ja, genau. Vom Auto habe ich es gesehen. Okay, aber es ist sehr neblich. Tatsächlich. Okay. So. Als Abschiedsaktion werden es nochmal die die Banditen. So, da oben packt auch einer rum. So, wir machen zuerst mal Aha. So, dann gehen wir noch näher ran. Ist das gut, was da jetzt geschieht? So, mit ihm hier. Eigentlich würde ich ihn gerne in den Kopf schießen, aber ich verziehe zu sehr. Sag ich doch. So, er. So, ich möchte meine ganze Muni verblasen. So. So, und dann ist nur noch einer, der so rum. So. Ich habe zwar nicht die ganze Muni verblasen, aber ich war schon ganz tapfer. Munitionsverbrauch optimal. Geh mal. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh ja. Alles für einen Schokoriegel. Ah, super. Okay, so. So, aber ich komme schon noch zu dir. Du kannst dich nicht in den Felsen verbergen. Dein Brokkoli ist mein. So, kann man da runter? Auf den Poppes. Auf den Poppes. Finde ich irgendwie schlimm. So. Rutsch mal runter. Komm. Ja, genau. Entspannt in die Sonne liegen. Das ist eine gute Idee. Entspannt in der Sonne liegen. So. Liegt unter dir eine Pistole? Nö. So, bei dir? Liegt da eine Pistole drunter? Komm, geh mal zur Seite. Nö. Einfach mal entspannt den Tag genießen. Da braucht auch keine Pistole mehr. So. Ah, wir haben die Waldbanditen erledigt. Wir haben einen Zombie-Nebel. Wir haben eigentlich ganz viel gehabt. Ja, das war eine coole Sache. So. Und wir haben immerhin 21 davon noch. Und da haben wir echt viel verbraucht. Da waren wir tapfer. Okay, wir haben keine mehr auf Reserve. Das ist gut. Die Batterie, ganz wichtig. Die müssen wir uns unbedingt aufheben. Die ist Hammer. Die ist Hammer. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Wir fahren mal zurück. Warum? Weil wir sowieso keinen Platz mehr haben. Also alles, was ich übersehen habe. Danke für die Hinweise nochmal. Müssen wir sowieso später holen. Alles voll. Alles voll. Es ist echt heftig. Ja, ich weiß, in meinem Trage-Inventar habe ich noch. Aber wir werden die Batterie wesentlich sehen. So. Da haben wir auch alles voll. Wahnsinn, oder? Das ist super. So. Gut. Dann fahren wir zurück. Weitbanditen haben wir erledigt. Zombie-Nebel haben wir gehabt. Ah, schön. Schön, schön, schön. So. Die Frage ist natürlich, was kommt da als nächstes dran? Mein persönliches Ziel wäre ja auch gewesen, den Scharfschützentürm. Tür, 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 den eigenen. Endlich mal ein privater Schützenturm. Ja, nach dem Schützenfest. So. Den müssen wir noch bauen. Also müssen, aber den will ich noch bauen. So, da in das Camp. Ich weiß nicht, ob ich da alle habe. Äh, ja. Den Gruben-Boss haben wir ja erledigt. Das ist ja alles gut. Ich glaube, es war, ja, vor genau zehn Folgen haben wir den Gruben-Boss erledigt. So, die Banditen da können wir auch mal ausräuchern. Ja. Es gibt schon noch einiges zu tun, aber es ist natürlich... Ja, die großen Sachen haben wir jetzt erledigt. Bis auf den Scharfschützenturm. Das wird eine große Sache. Ist aber eher eine Bausache. Ui. Ja, fast. Das ist so. Dann natürlich noch Federn für Dennis. Nein, für uns. Sorry. Aber liebe Grüße an der Stelle. So, da können wir rein. So, dann... Ja, Hühner wollte ich noch umbenennen. Also Kleinigkeiten. Da gibt es schon noch Kleinigkeiten. So, außerdem bin ich gespannt, wie es sich dann noch weiterentwickelt. Na. Das war aber auch nicht schön. Also was hier noch dazu kommt. So. Oh, oh, ein Ast. Ja, ist der bei euch aber tatsächlich noch. So. Dann schauen wir auch gleich einmal, ob... Oh, eine Feder. Wollen wir nur lieb grüßen lassen. Feder ist schon da. So. Ob in der Käsefalle jetzt endlich Käse drinnen ist. Und es ist Käse drinnen. Super. Ich finde das gut. Gut. So. Die können wir schon langsam wegpacken. Oh ja, die vielen Blätter. Das ist schon gut so. Eine Feder wieder. Cool. So. Nein, den nicht. Ich freu mich so. Hi. Ja, dreh mir alle den Rücken zu. Ist okay. Da kommt man von einem langen Abenteuer zurück. Und was passiert? Rücken. Mäh. So. Den Wagen fahre ich ihm weiter vor? Nö. Oder? So. Die laden wir noch ab. Diese Schachteln und Kistern. So. Da haben wir auch ein Köfferchen. Ein Köfferchen noch und dann die Military Kiste. Ist aber auch cool. Über die freue ich mich. Ich freue mich sowieso. Also generell freue ich mich. So. 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 Dann. Nur noch die Military Kiste. Oh. Oh, die ist da festgeklemmt. So, geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. So, dann machen wir aber schön wieder zu. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, sehr gut. Dann möchte ich gern, das sind ja so Sammelkisten. So. Da legen wir das mal rein. Wir legen das mal rein. Wir legen das mal rein. So, das legen wir ab. Ab, ab. Ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Da, da, da. Da, da, da. So, sehr gut. Letztendlich müssen wir uns dann später wieder, wieder mal um Muni-Herstellung kümmern. So, später mal. Weil wir haben ja jetzt in der Stadt echt viel. Gut, wir haben auch, wir haben überdimensioniert viel verbraucht auch. Muss man auch sagen. Ja. So. Ach. Komm, wir laufen zweimal. Ist ja alles okay. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ist da jetzt noch Platz? Nö. Aber da. Aber da. Aber da. Aber da. So. 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 Das Wasser müsste auch schon durch sein und der Alkohol. Ach, vor allem der Alkohol. Ich habe so lange auf den Alkohol gewartet. So. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. So, wir sind es eh gleich. Ähm. Macht das doch offscreen. Ja, ich würde auch sagen, den Rest. Mache ich den Rest offscreen? Nö? Dass ich euch dabei sein? Ich kann es nicht sagen. Ja, vielleicht ein bisschen so, ein bisschen so. Nö, ich weiß nicht. Ja, wir werden es sehen. Da können wir uns vielleicht noch ein wenig unterhalten beim letzten Mal. So, da ist ja noch das Holz drin. So, dann haben wir da und da. Und ich glaube tatsächlich, wir bauen einfach noch mehr Kästen. Lagerkästen. Wir brauchen viel mehr Lagerraum. Was wir da immer kriegen. Wahnsinn, oder? Oh, 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 oh. Fällt es nicht unter dem Wagen? Bitte. Ist sich das genau ausgegangen? So, ich fahre da mal vor. Nein. Eine Feder. Eine Feder. Oh, ich muss da schnell weg tragen. Eine Feder, eine Feder, eine Feder. Oh, verdammt. Eine Feder. Das darf natürlich nicht liegen bleiben. Das darf natürlich nicht liegen bleiben. Oh, ich bin aufgeregt. So. Ähm. Da. Apfel, Zucker, Apfel, Flasche, Handgranate. Da. Hier. So. So, dann in den Koffer. Oh, da ist noch Holz drin. Oh ja, die Handschuhe. Es sind die guten Handschuhe. So. Muni noch. Und da unten nix. Gut. So, 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 so und so. Da kommt auch das Fläschchen rein. Da haben wir schon wieder Muni. Bei ist das nicht für den, ach so, für den Kaffee. Ja, 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 das war da. So. Super, oder? Oh, wir haben es geschafft. Schnell aufheben. Weil da war eine Feder dabei. Da, 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 da. Und vor allem, wie wir derzeit herumschießen, brauchen wir nicht nur Patronen. Nein, wir brauchen auch, ah, danke. Wir brauchen ja auch Pfeile. So, der ist leer. Wahnsinn, das ist schon, das ist schon viel, oder? Es ist viel. So, alle durchgehen. Alle sind leer. Alles ist gut. Ja. Ah, ist das schön. Ist das schön. Nö. So. So, die Brettchen lassen wir da. Der Stein kann da rein. Das kann da rein. Das Nähkästchen da. Die und die und die. Ja, die Feder, wichtig. So, der Bogen. Auch gut. Näh, gell. Nö. Hier. So, wir haben das da. Das da. Da, 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 da. Da, 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 da. Na, lass dich greifen. Hä, hä, hä. So. Gut. Ah, wir werden das gemeinsam machen, weil ich habe gerade eine Idee gehabt, deswegen war ich so schweigsam. Ähm, wie wird das mit dem Lagerplatz? Wo, wo, wo und wie wir da jetzt was Neues machen? Vom Lager her. Wahnsinn. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs dabei sein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.